Gleich zum Anschluss von VEDA-Engine, davon West-Engine und danach Partei Okunian und heute, was wir sehen, dann kommen wir jetzt die Eileen Texel und der Raffi, die wecken. Ich möchte bitte auch den Rest der Jumas-Familie, der ist von Shir Elono, alle wieder raus, Raffi. Shir Elono, dann alle wieder, jetzt kommen der Berger Karatscheide, der Raikurt, der ist Moschito. Jetzt kommen unsere deutschen Gastarbeiter, die Katarina Töckebach, Christian Fester, Julian Holmstedt, Saskia Fester, Aglaya und Tim Seppi. Kein deutscher Gastarbeiter. So, ich gebe mal wieder ab. Wir danken sehr herzlich der Berlinale, die Möglichkeit wird zu sein, das war eine große Chance gewesen zu finden. Und herzlichen Dank an Dieter Koppel und vor allem an Mitstreiter. Danke, Dieter. Vielen Dank. Vielen Dank.